Leute ich muss pupsen Ich hab gepupst Ich hab wieder gepupst Bei dem hängt das game Ich hab damals Vollkontaktballen gemacht in Kombination In Kombination mit Volleyball Hab ich zu Hallo Staatsanwälte Sie machen ein bisschen ans Wie an Tag 1 Die riechen immer noch nach Holunderblüte Alles gut Er kann ihnen ja hier nix tun Was Bieten sie dem herr noch mal ne Schulter zum Ausweinen Ich war beim Würfelpeil Aber auch noch nicht komplett nass zu machen Ich weiß gar nicht was sie geritten hat Alles gut Herr Schmidt Nein Ist das gut Ich hab mich kaputt geschlagen Ich brauche mich gar nicht zu fragen Wollen sie einen Tee haben? Nein alles gut ich hab mich wieder eingefunden Den Schlägen Ich hab mich kaputt geschlagen Ja Ich hab mich kaputt geschlagen Ich hab ein Nahtoderlebnis Ich hab meine Eltern an mir vorbeiziehen sehen Mein Vater hat damals beim Wassertrinken ertrunken Meine Mutter die heißt keine Ahnung Entschuldigung Ich bin ehrlich gesagt Ich bin ehrlich Mir gehts nicht gut Ich versuche mich jetzt zusammen zu reißen Weil ich bei der Staatsanwälten punkten will Aber ehrlich gesagt mir gehts nicht gut Das bleibt unter uns Männer Aber sie sind sich sicher Oha Aber sie sind sich sicher Oha Aber sie sind 30er Ich hab's gesehen Ich hab's gesehen Ich hab's gesehen Ich hab's gesehen Ich wollte mich schlafen Klippo Du musst Nein Klippo Ich hab Klippo gesagt Nö ich hab gewonnen Ich bin nicht mehr Hm Kennst du das ich sehe das was du nicht siehst Okay Okay Willst du anfangen? Ich sehe was was du nicht siehst und das ist unsichtbar Die Luft Meine Arme Knapp Okay Der war gut Der war ja immer gut Okay ich sehe was du siehst das ist rot Wie hat 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 Oha hat die Staatsanwälte ihre Tage? Oha Ich weiß ich nicht Weiß ich nicht Da steck ich nicht drin Ich sehe die Autos nicht Ey das ist aber Das ist aber zu einfach Das ist aber wirklich zu einfach Ah ok LHL von der Staatsanwälte Ja hallo Staatsanwälte Wie geht's ihnen? Ja mir geht's sehr gut Danke für mich für dich auch Ja weil mir doch Cola trinken geht Ähm Ähm Der hat die V wäre wieder da Und wir gehen sie nochmal zu einer Gegenüberstellung Ich komm sofort Zählen sie bis 12 12 Ja Ok Zählen sie komm ich wills hören Ich 12 Sind sie da? Nein Von 1 bis 12 Ja 1 2 12 Nein Komm sie jetzt wirklich Guck mal ich hab das berechnet Pythagoras und so 1 3 Ja sehr gut 3 3 4 4 genau 5 6 6 Fast die Hälfte 7 Nehmann Oha sie gefallen mir 10 1 10 Ja sehr gut 12 10 Oh nicht schlecht Das mit der 11 10 müssen wir noch üben Nicht 1 10 11 10 11 10 Entschuldigen Sie bitte Ja normal bin ich schnell Mach die Tür Ach sie sind schon da Ja normal ich hab da gesagt 10 bis 12 10 Ok er ist da Ah Schenk Bruder So Level ab Bruder Ne Gebt euch Leute Das ist Level ab ist genauso wie Ihr seid Ihr seid League of Legends Bronze zu 5 Diggi Und dann kommt jemand Der ist Diamond Und sagt Bruder Weißt du was ich booste dich Diggi Komm auf Nacken Bruder Ja Für 40 Euro 38 Euro booste ich dich Bruder Und genau Level ab genau dasselbe Leute Gönnt euch Digga Wie kann man da keine gute Laune haben Leute Ihr müsst euch sowas geben am Morgen Am Morgen Bruder Immer Eben Gott sei Dank Und dann will ich die Ich bin fertig Und dann will ich die Und dann will ich die Ich danke euch, vielen, vielen Dank Ich danke euch, passt auf euch auf, glaubt gut Und wir sehen uns heute Abend, ne, heute Abend sehen wir uns heute Ich liebe euch, und das meine ich wirklich, ne Bye, bye Bis zum nächsten Mal